Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2, die Anniversary Edition. Yeah, im ersten Part haben wir ein junges Mädchen kennengelernt, das die Songstress of Grandis ist. Genau, da steht sie. Und jetzt müssen wir einen Bodyguard spielen, also praktisch als Job, das ist ja nicht spielen. Und müssen wir sie zu dem Garmia Tower begleiten. Ja, da ist sie. Hey, hey, what are you trying to do? He already paid me in advance. I do not want to go along with that boar. Oh, yeah. Hey, now, who are you calling a boar? Elena, your role is very important. We have something to happen to you. We couldn't hold the ceremony. Pass the Bodyguard. It's not fair that I am the only one who has to go with a Giohound. I don't care one way or the other. Look, are you coming or not? Elena, please do not forget your role. We are depending on you. I beg you. Yes, Father, you are right. I ought not make Tessa and the others wait. I shall perform my part. Well then, Mr. Ryudo. Please take Elena to Garmia Tower. Fine, let's go, Princess. My name is Elena. Princess Elena. Then move it. Ryudo, my son. Please take good care of Elena. Of course, I've been paid. I do the job. Don't worry. And don't call me son. Father, please do not worry about me. I would be alright even on my own. Elena, my child. Do not take foolish risks. Let's do as this young warrior says and perform your service. Yes, Father, forgive my, was? Presumption. Genau, also Elena, hü du dir die Zunge, man. Du kommst mit mir, wenn du willst oder nicht. Bis ich muss jetzt ja dem Garmia Tower. Ich kann mir das Schwert auch noch nicht lesen. Ich verkaufe aber schon. Wenig. Okay, wir haben zwei Jumis Elixirung gekauft. Obwohl das Schwert schon richtig gut ist, das Smashio. Ich werde ja bestimmt nicht gleich sterben im ersten Kampf. Kaufen mal ein Jumis Elixirung. So. Schon können wir das Smashio leisten. Geo Blade Pack. Heavy Stone. Kaufen schon den. Vor. Den. Wird ja für den Anfang erstmal reichen. Hauptsache, wir haben schon mal eine bessere Waffe. So, mal hier rein. Hä? Jetzt kommt das Wasser her. So, jetzt können wir in Richtung, Richtung Garmia Tower. Die Black Forest. Eins. Eins. Oh, mein Gott. Es ist Lissi und Konyent. Ein Midi-Konyent. Hörb. Oh, was ist das los, Elena? Hey. What? What is it? This is your first time walking in the woods? No, no, not at all. It's just that at night. Keep your head down and watch your step. Look, over there. Wah! Another Warnix. Nice reflex, Princes. Unfortunately, we're not out here to pick berries or nurse hot bird shrews. Next time, you might want to duck and cover. Must bet guys won't stop killing you if you're trying to kiss their... Oh, jeez. Hey. Hey, you're frozen there or something? Free. Mr. Ryudo. There's something ahead. Yeah, back off. Oh, 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 oh. Man, man. Eieieiei. Schnell! Tensei can slash! Das war knapp! Stab! Auch. Nochmal! Weißt du schon, war nochmal. Tensei can slash! Ban! Kabut! Yes. Cool You okay, Princess? Yes, Mr. Ryudo How are you? Are you alright? I'm fine As long as I'm getting paid But one thing Yes? Drop the Mr. Stuff I'm not your teacher, your babysitter Or your damn butcher Just Ryudo Alright At this rate, we won't make it till dawn Step on it Genau, wir sind nicht Ihr Lehrer Babysitter oder sonst irgendwas Wir sind im selben Alter Denk ich mal Oh nein Irgendwann wieder so ein Typ da Oder mehrere Typen Dodos Mein Gott Triffst du mich trotzdem noch, du Arsch Okay, jetzt mal normal am Such Okay Schlechter Schaden Kaput Ich bekomme hier mal SC und MC Können wir das schon auch nie machen? Oh, den Tänzsägen Slash Können wir dann hochstufen Äh, gibt's hier... Ja, hier gibt's noch nichts Myriad Power Nuts, okay Äh, da liegt was Geld Geld, Geld, Geld Komm in meine Tasche Und schon sind wir im Garmia Tower Oh mein Gott Hilfe, die Musik Oh, Blitze Boah, ich geh die Musik ab Das ist ja eine nette Begrüßung Das sind doch Playstation 2 Versionen nicht Da kommt nicht nochmal... Äh, das ist auch ein Soundbuck, oder? Okay, das war jetzt ein Soundbuck Ist auch im Spiel So, I take it You're the ones Who've been waiting for the princess here Oh ja, you must be the Giohound I thank you So, that's the Giohound He gives me The creeps The rumors speak truly Yuck He's looking this way Silence I kill you Come on, get to it My sisters I'm ready I have Mr. Ryudo to thank For bringing me here safely Not even a ding Or a scratch on her No, I don't suppose You tell me what this is all about Please wait outside Until we have finished The ceremony When it is conclude You will escort Elena back to the church How long you ladies going to take? It will take some time This is all I may say One more thing Do not enter the tower Under any circumstances The ceremony must not be disturbed By your kind Uh, you My kind? Right I just did over here And think First fill the unclean thoughts Then My kind? Is this character? Anwesenheit Please do not come inside Naja, is good Start einfach, dass er mich nicht Da rein haben Wollt mit Elena Did he do anything to you? Tessa Ryudo keep his hands to himself Who he did see fit to share his full mouth Come, we must begin the ceremony Elena hatte dir was angetan So wird hier dargestellt Hier hingestellt Den Schörverprescher Musik Man, how long is this gonna take? We've been waiting for like hours Oh, stop your winning This is part of the job Man, what they doing in there This is why I hate church Everything takes forever What's eating you, Ryudo? Thinking about that singing schoolgirl I just got a bad feeling about this And this tower too Don't you Don't you think It looks like a strange place For a holy ceremony Check out the mural What's the deal With these weird rings It's an ancient ruin I figure it dates from the Silvers Oh, silvery white light age Oh Gott, man You mean the battle of good and evil? Why would they do their Exxor... Oh, ich kann nicht lesen Exxor-sis-ms Or whatever in a place like this Oh, Hilfe! Oh, mein Gott, was geht da ab? Boah, Alter Hey, where are you going? Something's funny going Was something funny is going on Let's check it out But did they say not To go in? Ach, look If anything happens to that Elena-chick It's my rep on the line I'm not gonna blow this job Elena-chick Aie, 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 we do double Haha True enough And this is out of the ordinary Quit stalling Quit stalling Let's go Man Elena-chick So we're good on it Hey, da Oh, it's my door Hey, da Nein, in the Scheiß-storm Huh? Ah, es ist ein Monster. Great, just great. Where did all these damn monsters come from? Careful, Rido. Na klar, du wirst mich alleine sagen. Bist du einmal mit von Dior? Verhofft dich. Okay, die kämpf ich schnell. Zack, Monsterang, Visio, zack, Bum. Brauchen wir die Punkte. Schnell. Quatsch. Wow. Cool. Äh, ich kann noch Meilen. Ha, ich bin zuerst dran. Eieieiei, die machen ganz viel Schaden. Also im normalen Modus haben die nicht so viel Schaden gemacht. Nein, 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 du machst nichts. Ich bin zuerst dran, wenn du mit mir möchtest. Forget it. Baaah. Noch mal heilen. Ich will jetzt keine Tränke aufbauen. Ah. Nochmal Tensei Ken Slash. Okay, das schafft man. Oh, war noch nicht ganz sicher. Ach, jetzt ja nicht dein Web-Spider-Ding. Greife mir das an. Schaffen wir noch! Nein, aua. Okay, das kann ich wieder heilen. Okay, das ist jetzt ein Markzorgen. Was? Mehrere Wege. Ah! Ey, ich hab den nicht gesehen. Den da. Ah, schon wieder dein scheiß Spider-Ding. Tensei Ken Slash! Jawohl. Oh, die Kämpfe gehen ja hier in Sekunden, ey. Denk auf. Du hast nichts. Fini! Mach dich zuerst. Oh, verdammt. Und sieben will noch. Das schaffen wir noch. Los! Bam! Okay, wie viel brauchen wir noch für ein... Ah, wie ist das hier? Ähm, wieder mal anfangen. Oh, gutes Meilen. Ah, hier! Verstehen! Ich brauch Punkte! Jawohl! Nummer 15 Punkte jetzt. Ah, nein! Das wird zuhause. Oh, Level 2. Ja, Level 2. Hand, Kanada! Nichts. Ah, okay, ich spüre, ich bin in einigen Munde. Ich spüre, ich spüre, ich spüre, ich spüre. Halt! Halt! Ah, hier geht's scheiß. Ich spüre. Einmal rundum! Cool. Wow! Das klingt nach Armermonster. Nicht? Nicht? Ich stecke noch an fest. Wo ist das denn? Oh, das holt es knapp. Wollte es von hinten anstehen? Oh, 4.37. What the fuck? Bang! Da waren die auch schon mit dem normalen so stark. Jawoll! Da, schön! Pass das Level ab. Was? Level, die wird die schneller laufen. Jetzt mal, jetzt mal. Hier gibt es. Bei denen Level mal schneller laufen. BAM! Abgebrochen. Jawoll! Geh! Geh, noch Next Level 12. Also 12 Punkte noch. Ähm... Ach! Da hab noch einer. Muss bis wir so klar kommen. Eieieieiei! Geht ja gleich noch. 34. Ich weiß nicht. Da hab ich gerade nicht gedacht. Wir haben stehen! Wir sind ganz schön schnell. Nochmal! Okay, noch zwei Schläge. Nein! Das braucht ja so'n Scheiß! Ich geh mal auf. Ich weiß nicht, wie viel zum Hotmode ist. Hotmode ist das? 29. Ich weiß ja, das ist so nochmal. Ich will einen Schaden, 50 abziehen. Eieieieie! Oh! BAM! Eine Bumpe! Die Level ab! Gibt du nur was? Baah, ne! So Leute, es ist mal Zeit für den Cut. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal.